neue folge neues glück mehr oder wie das so schön heißt so gut hier komme ich rein ja klar Immer gut, dass hier so Finger sind, ne? Das war ein typischer Eingang. Der Altar ist gewaltig. Das muss ein wichtiger Herrscher gewesen sein. Der Inka-Einfluss ist unverwechselbar. Das Grab des letzten Herrschers. Der Kult muss nach seinem Tod gegründet worden sein. Okay, die Eklipse und der Reihe. Was habe ich übersehen? Moment. Hat Lopez das hinterlassen? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale. Das Herz der Schlange befindet sich in der... Ja. Ich habe keine Ahnung. Hier ist sie! Nein! Nein! Hier ist Commander Rourke. Wir haben eine Spur zur Schatulle. Schickt ein Team für Kraft! Onoatu! Nein! Gebt das hier Ätzli. Er ist der rechtmäßige Erb. Er muss jetzt bei Titi führen. Okay. Er ist noch jung. Aber sehr stark. Sein Wesen ist so edel wie sein Blut. Geh nicht. Rede weiter mit mir. Vergiss nicht die Versuchung der Schatulle. Widersteh! Wir... Wir alle erschaffen unser Schicksal. Ich werde dich nicht ertäuschen. Ich werde dich nicht ertäuschen. Ich werde dich nicht finden. Wir haben ein Kind. Widersteh! Ich werde dich nicht machen. Ich werde dich nicht auf dem Weg finden. Oh, ah! Oh, ah! Ah! Ah cool! Den anderen wollte ich den langen Trigger. Oh mein Gott! Inschuldigung! Ich bin nur mit! Ich bin nur mit! Ich bin nicht nur mit! So, ich bin mal weg. Hey, mein Deutsch, Mann. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So, das müsste es gewesen sein. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Der müsste gewesen sein. Ich weiß, dass wir nicht mehr um die ganzen Leichen gehen. Okay, cool. Ah. Jonah, wo bist du? Ich bin unten beim Anleger. Ich sehe dich. Hey, kann sofort losgehen. Ich bin unterwegs. Okay, cool. Wo ist Unuratu? Es war in Hinterhalt. Tod. Sie starb im Kampf gegen Trinity. Oh nein. Ja. Wo ist meine Mutter? Deine Mutter, sie hat hart gekämpft. Aber das ist das Anführer-Amulett. Jetzt bist du der Anführer. Sie war eine Kriegerin. Die Sonnenfinsternis naht. Wenn wir die Sonne nicht wieder herstellen. Ich finde die Schatulle. Der Kult von Kukulkan kriegt sie auf keinen Fall. Beginnt mit den Vorbereitungen für die Grabkammer. Königin Unuratu lebt weiter. In uns. Ucu. Hilf ihn mit dem Boot. Wir bereiten uns auf den Kampf vor. Die Rebellion muss siegen. Wir kommen zurück. Mit der Schatulle. Viel Erfolg. Wenn wir zurückkehren, sind wir bereit. Und was jetzt? Wir fahren zurück nach Kuwagiaku und sehen dann, wie es weitergeht. Weiß ich. All das für ein weiteres Rätsel. Und was stand da? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Tja. Ist besser als nichts. Vermutlich ja. Wir müssen die Schatulle finden. Dann war's das endlich. Was ist das? Scheiße! Ach! Oh! Jonah! Kommt das jetzt? Boah das wär so genial. Ich weiß nicht. So eine fuck geile Stelle. Ich liebe diese Stelle. Beim Erdkummer spielen, ne? Jonah! Jonah! Ich hab sie direkt vor mir. Keine Bewegung. Wag es ja nicht. Auf geht's! Such da drüben! Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass die Schatulle wirklich existiert. Was gefunden? Alles klar. Sieh dir das an. Was gibt's, Chief? Wie sieht die Zauberkiste überhaupt aus? Ich kann nichts sagen, wie die aussehen. Hier ist sie nicht. Hast du irgendwas? Verdammt! Zum letzten Mal. Wir haben hier, hier und vielleicht hier gesucht. Siehst du das auch so? Ich weiß nicht. Ist das wichtig? Wenn wir was übersehen haben, sollten wir alles nochmal durchgehen. Ja, das stimmt. Okay. Steht der Fluss jetzt höher oder niedriger als vorhin? Hör auf, Mann. Frag mich doch nicht immer sowas. Als Operation einsamer Wolf das letzte Mal abgeblasen wurde, hab ich alles vergessen. Okay. Jetzt kommt zwar eine Stelle, wo wir viel warten müssen, aber... Ich will endlich die Schatulle sehen, von der ich so viel gehört hab. Hast du was gefunden? Wenn's etwas zu berichten gibt, melde ich es. Soll ich auf ein Leuchttier gehen oder mystische Summen? Hast du irgendwas? Hör auf zu fragen. Großartig. Hör auf. Hm, komm. Warum? Warum soll ich denn sein? W trên malen. Nein. Könnte was sein? Da muss ich's suchen. Haltet die Ausdruck. Der Reich sieht okay aus. Der Dschungel kümmert sich schon um sie. Mann am Boden. Nur eine Frage der Zeit. Oh scheiße. Ich seh mich lieber mal um. Wir erleiden Verluste. Bleibt zusammen. Geh voraus. Waffen bereit halten. Recht leise. Wenn ihr was seht, eröffnet das Feuer. Sie entkommt uns nicht. Ich bin nicht hoch. Das treibt dich aus deinem Versteck. Hört mich das? Hört mich das? Hört mich das. So. Perfekt. Schön. Warum sucht ihr immer noch die Schatulle? In eurem Bereich sind Feinde. Nun, Dr. Dominguez. Dominguez ist mir völlig egal. Findet Lara Croft und trittet sie. Findet Lara Croft, wie denn? Dafür sind wir doch viel zu wenige. Das war eine Forschungsoperation. Wir verteilen uns und machen das Beste draus. Ich geh darüber, du bleibst hier. Darf es nicht übervorsichtig werden, ja? Vielleicht sitzt sie hier drüben. Ungefährlichst wieder her! Tschüss! Überprüft jeden Schatten. Wir müssen sie aufhalten. Kommt sicher gleich wieder. Ja! Ich muss sagen, jetzt irgendwo wäre uns gut. Ich könnte hier Verstärkung brauchen. Was? Macht euch kampfbereit. Dort vielleicht? Bist du immer noch bereit? Komm endlich raus! Warum greife ich nicht an? Warum greife ich nicht an? Was? Ich könnte gerade auch schon nachkommen. Ja. Es ist keine Schande auf! Ach, ja. Warum kletter ich da jetzt nicht hoch? Und warum komm ich denn hin? Oh! 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 Ok! Ich frag mich. Warum greife ich denn nicht an? Es ist keine Schande auf, erhält. Ich verstehe nicht. Ja! Und warum komme ich hier nicht hoch? Das treibt ich aus einem Versteck! Dich! Ich verstehe das nicht! Boah, ist das gerade am Rumpbacken hier! Leck mich am Arsch! Ich greife aber auch nicht an, ne? Hä? What the heck? Am besten ich sterbe einmal, wa? Na komm, töte mich! Kann ich eh nicht angreifen! Komm da hinten auch nicht hoch! Hä? Ich kann nicht angreifen? Voraus Team, warum sucht ihr immer noch die Schatulle? In eurem Bereich sind Feinde! Dominik, es ist mir völlig egal! Findet Lara Croft und trittet sie! Findet Lara Croft? Wie denn? David, ich bin auch viel zu wenige! Das war eine Forschungsoperation! Wir verteilen uns und machen das Beste draus! Ich geh darüber, du bleibst hier! Komm schon, wir haben zu tun! You should be back! Ich gehe aber das Coyote! Wir werden die Schatulle machen! Ich bin aber auch nicht aufstehen! Ich bin sehr aufstehen! Ich bin nicht aufstehen! Ich bin Nemü- Mäß! Ich bin nicht aufstehen! Ja! Ich bin überstehen! Gleich wo deine Loyalität. Vielleicht muss er ja pinkeln. Okay. Der Mann lasst das alles ganz ruhig hier. Irgendwas ist hier verdächtig. Ausschwärmen. Waffen bereit halten. Gott, ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Ich muss das Gebiet sichern. Bewegt er sich oder bleibt er da? Scheiße! Du bist das! Du wirst hier sterben! Gotcha! Wie ist das? Du bist da! Du bist der Manns! Du bist der Manns! Okay, der ist wieder weg. Okay. Jetzt aber! Boah! Okay, cool. Dann müssen wir noch ein U sein oder macho macho machen? Okay. So, jetzt wollte ich auch hier hoch bleiben. Natürlich. Solange nicht alle Gegner weg sind, ist da erstmal noch ne einfach was. Scheiße! Wir drücken ihn nach Juliet 3. Komm schon. Hier Cardinal 2. Ich sehe Vorbeben-Schäden in Juliet 3. Ein Felssturz hat die tertiäre Pumpanlage zerstört. Keine Brände. Die Zugangsstraße zu Kilo 2 ist durch ungestürzte Bäume blockiert. Oh, Perfekt. Hier liegt auch noch was. Was zum Teufel, was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Honorato ist tot, die Schatulle ist weg. Jonah. Gott, falls ihm irgendwas zustößt. Guck mal das vor an. Verdammt nochmal! Fähigkeiten. Wie viele haben wir? Vier! Wir haben vier! Hier. Hm. 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 Sehr schön. Ja, dann würde ich mal sagen, entspannt bis zur nächsten Folge und ja, gehabt euch wohl.